moin und mel ihr lieben schnappt euch euer lieblings heiß getränk wir machen weiter mit rein alles meinungen zu heute 007 zuckerstreuer wie wir wissen gehen diese videos so maximal zehn minuten deswegen werden wir wohl ein paar hintereinander ab frühstücken wie eh und je also macht euch gemütlich wir schauen natürlich wie immer beim spiegelort wie immer auch unten verlinkt in der video beschreibung wenn ihr es ohne gequatsche hören wollt auf odyssey ich würde sagen wir starten einfach mal direkt auf geht's mal sehen was es zu einem zuckerstreuer für eine meinung gibt ich liebe dieses intro es ist mein absolutes lieblings intro hier guten morgen rein alle metal oder servus oh gott meine haare weißt du was da fehlt rein alle haar öl metal oder servus und ein herzliches willkommen beim drachen warum sind meine haare jetzt so scheiße aus weil du kein haar öl genutzt hast wahrscheinlich und dich nicht wie eine prinzessin gekämmt hast weil macht man sowas nicht vor dem video nein wo ist man da wo ist eine haare bürste ach da liegt die auf der rechten seite ach du meine güte weiß ich nicht rein oder warum die auf der rechten seite liegt das weiß nur du so wunderschön ist halbwegs schön gut ja leute ein herzliches willkommen erst mal beim drachen und heute wieder ein meinungsvideo letztes mal letztes mal müssten wir das kondom video nicht das kondom video sondern das video zum thema glatt gekämmt haben stumpf aber gut das ist ein trash format heute geht es um zuckerstreuer einen zuckerstreuer und zwar nicht um irgendeinen zuckerstreuer sondern um einen wo man so auskippen kann ich überlege gerade ob sie auch nicht zum auskippen gibt und ob man die dann überhaupt noch zuckerstreuer nennt ist also ich verbinde eigentlich die funktion des auskippen mit einem zuckerstreuer muss ich sagen bis jetzt nicht das andere wäre halt ein zuckertopf mit einem löffel drin oder so so und was genau ist jetzt da meine mann dazu das ist im prinzip recht einfach es gibt ja diverse möglichkeiten zucker in irgendwas zu lagern um ihn später für kaffee milch oder andere sachen zu benutzen sag bloß rein oder besser gesagt für kaffee für tee oder ähnliches ich persönlich bevorzuge tatsächlich ich weiß du das video geht eine minute eine minute 50 sekunden mit intro vom spiegel dort er hat es schon mal geschafft sich die haare zu kämmen in diese minute 50 jetzt hat er sich wieder widersprochen es ist unglaublich bevorzuge tatsächlich sowas also sprich eins wo man auskippen kann weil das ist eigentlich eine gute frage wieso eigentlich ich bevorzuge das deswegen weil ich persönlich finde dass man es auf die art weise besser dosieren kann normalerweise zu bevorzuge ich zuckerwürfel aber wenn ich keine zuckerwürfel habe sondern normalen raffinierten raffinierten zucker ist denn hätte es doch genauso raffiniert der andere zucker raffinale zucker reiner leise beides raffinale zucker raffinaten zucker oder wie das heißt keine ahnung heißt raffinaten zucker oder sowas auf jeden fall bevorzuge ich dann sowas einfach deswegen weil man kann es viel leichter dosieren wenn man es auskippt und es gibt ja tausende und abertausende von verschiedenen formen von diesen dingern ich habe schon welche gesehen die haben einfach einen flachen deckel aber haben vorne so eine kleine kappe drauf und wenn man den einfach auskippt dann geht der decke hoch und es kippt raus aber da kann man es nicht richtig dosieren weil man gibt dann einfach rein da kann ich genauso gut die tüte aufmachen und rein kippen ach so ach so ja ich weiß was er meint ich weiß ja ja diese zylinderförmigen ja ich weiß aber sag mal reiner ganz ehrlich du kannst doch auch auch mit diesem mit dem deckelchen oben drauf kannst du dosieren also du musst ja nicht komplett die hand umwerfen das ist natürlich doof wenn ihr mich jetzt nicht sehen könnt aber ich denke ihr wisst was ich meine also du musst ja nicht du kannst dich ja auch selber deine eigenen bewegungen kannst du ja dosieren würde ich jetzt mal behaupten und abschätzen wie viel zucker brauche ich in meinem kaffee muss ja nicht warten bis das teil leer ist sondern du kannst ja auch zwischendurch wieder aufhören da zucker rein zu streuen dann habe ich welche xene in meinem fall ist es jetzt so dass es relativ kurz ist ja aber die also die gibt es ja auch noch in länger mit diesen stutzen das sind ja diese typischen gastro zucker steuer damit halt ja weiß ich gar nicht warum das typischen gastro zucker steuer sind aber ist halt so auf jeden fall reiner der auch die kippen doch bis zum bis es halt hier oben da bis der zucker halt bis zu dieser grenze weg ist alles was hier runter drunter ist wird ja hier durch geschleust also ist das ja in der dosierung quasi genauso als wenn du jetzt diese diesen kleinen zu oder diesen anderen zucker streuer mit dem kleinen deckelchen hättest da musst du auch aufhören zu streuen wenn du zu viel zucker im kaffee ist ich habe aber schon wirklich sehen die sind genauso lang ok seht ihr ja alles was hier drunter ist alles was hier drunter ist wird hier durch geschleust also von daher rein alle ist die dosierung bei diesem hier zumindest bei diesem modell sagen wir mal es gibt die auch noch länger es gibt die auch dann bis hier unten wo dann tatsächlich nur so ja ein kleines bisschen oder das ist ein kleines bisschen halt portionierter zucker dann da durch geschleust wird aber ja so in dem modell ist es jetzt auch nicht dosierbar ist es auch relativ lang im vergleich natürlich sehen die wirklich bis ganz nach unten gehen wirklich am boden des ganzen nur so viel übrig lassen oder so viel übrig lassen und dann können kann man das immer rauskippen danach der davon ist wenn da wenn der kürzer ist danach der davon wenn man das ausgeben will und der zucker schon halb leer oder so ist dann bekommt man richtig raus und das persönlich finde ich auch immer ziemlich ungeil da muss man den neu auffüllen darüber hinaus kann man natürlich löffel normalerweise auch einen zucker einfach mit löffel in den kaffee packen finde ich persönlich auch ungeil weil für dich ungeil aber das ist doch die perfekte dosiermethode reinhalte ein löffelchen nimmst ein löffelchen packst ins in den zuckerpott und dann holst du dir den zucker raus den du möchtest bei diesem streuer ist es ein bisschen schwieriger das zu dosieren also finde ich jetzt persönlich abgesehen davon pack ich kein zucker in meinen kaffee oder mein tee ich weiß nicht einmal muss man immer einen löffel zur hand haben der nach möglichkeit trocken ist weil trocken also wenn ich jetzt alleine bin so da habe ich auch kein problem damit meinem lassen kaffeelöffel da rein zu tunken aber das problem ist ach so ja zum umrühren ich dachte gerade warum ja okay ja ich meine wenn du in gesellschaft bist dann hast du in der regel auch mehrere löffel dann nimmst du einen löffel nur für den zuckerpott und einen löffel nur für dich selber oder für die andere person damit er sein kaffee oder tee umrühren kann mit dem zucker problem gelöst würde ich mal behaupten wenn du alleine bist ja dann nimm den selben löffel wenn du keinen bock auf abwaschen hast und dann wartest du halt bis er wieder getrocknet ist bevor du dir den nächsten da rein aus weil du musst ja dann sowieso wahrscheinlich noch mal aufstehen und wenn du dir nachschub holen willst wenn ich den kaffeelöffel da rein tun erstens einmal ist es total widerlich weil dann immer alles am löffel klebt und das mag ich überhaupt nicht ja aber das etwas verschwindet ja im kaffee oder im tee also von daher weiß ich jetzt auch nicht und zum anderen ist das problem immer wenn man das so macht und man hat dann mal gäste dann müssen die mehr oder weniger den angestellten zucker nehmen und deswegen mag ich das natürlich kippe ich den zucker lieber um wieso kommt dieser mensch nicht auf die idee einen zweiten löffel zu nutzen wieso ich verstehe es nicht und ist auch besser für die gäste schätze ich mal vor allem in der zeit von corona ist es auf jeden fall sinnvoll eine alternative lösung hat als mit nassen angelutschten löffel dann auch noch in den zucker zu tun tun damit wie so angelutscht warum nimmst du den in den mund man merkt hat so gut oder hat nie gäste ich denke mal hat hat tatsächlich nie gäste und wenn dann bietet er denen ja auch gar nichts zu trinken haben es ja bei dem besuch von kevin wollte haben bisher gesehen die ganze scheiße und auch noch im zucker also wo am besten dann noch nicht nur am zuckerwürfel einem löffel sondern auch noch am besten gleich in der ganzen zuckertüte ist ja das nennt man hygienisch reiner das nennt man nicht schlau sein das ist wirklich nicht schlau weil ein zweiter löffel wo ist das problem einen zweiten löffel zu nutzen reiner man ja viele leute machen sich ja um meine hygiene lustig aber das ist ein anderes thema ja ja das ist ein anderes thema also auf jeden fall muss ich dazu echt sagen erst mal sieht es richtig geil aus habe ich geschenkt bekommen vielen dank dafür typischer gastro zuckersteuer und zum anderen muss ich sagen ist es wie gesagt echt geil wenn man sowas hat ja ich habe bisher immer hier den normalen zuckerwürfel der normalen zucker in der tüte gehabt ja von jahre und ja ist eigentlich egal ist halt zucker da ist glaube ich also ziemlich kein unterschied ob du jetzt den von ja oder von irgendeinem anderen markenprodukt nimmt zumindest wüsste ich es nicht ich kaufe es so selten zucker also wirklich so eine so eine packung zucker die reicht bei mir zwei drei jahre wirklich weil ich nutze keinen zucker in meinem essen oder in meinem in meinem getränken die zuckere ich nicht nach wenn dann halt höchstens mal zum also zum essen ja zum kochen halt nutze ich zucker bisschen aber das ist das ist so wenig was ich da verbrauche deswegen hält sich so eine tüte mehrere jahre bei mir zumindest und ja das geht auch dass man rauskippt so aber das einzige was ich tatsächlich an zucker mal kaufe ist dieser geliert zucker weil ich gehe nämlich meistens immer so anfang august gehe ich braunbeeren sammeln und dann mache ich immer braunbeermarmelade und dann kaufe ich immer diesen geliert zucker der verbraucht sich dann natürlich bei mir sehr schnell weil er natürlich direkt umgesetzt wird in marmelade das ist sehr gut aber es auch tatsächlich der einzige das einzig zuckrige was ich dann esse erstens mal sieht es unschön aus und mein arbeitsplatz sieht momentan sowieso aus wie sau aber das kann ich mir vorstellen also wenn ich mir vorstelle dass dieses meinungsvideo haus diese meinungsvideos besser gesagt daraus resultieren dass du einfach nur das zeigt was gerade in greifweite von diesem tisch ist also zumindest gehe ich davon aus wenn man sich diese videos mal anguckt dann sieht das bei dir wirklich schrecklich aus oder muss es schrecklich aussehen müsste ich mal machen so außerdem noch einen kleinen tipp nebenbei am rande ich hatte euch ja gestern glaube ich im oder in einem der vorherigen videos gezeigt dass ich meinen kabel in sowas hier drin habe richtig einfach deswegen weil ich meine und das ist keine das ist kein zucker auch wenn es so aussieht das ist kabel naja das ist schon zucker reiner das ist zucker mit ein bisschen geschmack ne zuckerpulver doch doch und ja warum packst du den zucker nicht in so eine dose wohl wenn man richtig reinschaut sieht man das ist pulver ich und das zucker ist ja so könig dein namen hast du schon mal puder zucker gesehen hast du das schon mal hast du schon mal zuckerwürfel 10 du machst mich fertig obwohl es eigentlich auch ziemlich egal es spielt ja auch keine rolle es ist kabel so das ist sogar mit geschmack kleiner kleiner life hack wenn ihr keine lust habt das gleiche probleme wie beim zucker auch beim kabel zu haben packt dann so ein teil einfach kabel rein das funktioniert perfekt ich weiß nicht was ich dazu sagen soll was ein life hack das funktioniert perfekt dass sie das dann auch so macht man könnte das genauso raus kippen wie beim zucker ja ihr habt dann aber kabel drin aber ich würde ich bevor ich würde euch empfehlen wenn ihr mehrere solche gläser habt kleiner life hack reinerländer wenn du dir eine vanilleschote kaufst und den zucker in so eine kabeldose packst dann schmeißt die vanilleschote da einfach mit rein dann hast du wunderbaren vanillezucker den du verwenden kannst anstatt dir den teuren vanillezucker aus dem laden zu kaufen kleiner life hack oh man beschriftet die mit was drinnen ist weil sonst habt ihr auch oben drauf weil sonst habt ihr das problem dass ihr zum zucker greift und es ist aber in zur wirklichkeit kabel und die haut ist in euren kaffee schönes frame schönes frame ich glaube das sieht man zum einen ja gut auf die schnelle vielleicht könnte man das verwechseln und zum anderen ist halt fast dasselbe ne ich glaube ich gucke jetzt einfach tatsächlich mal wie viel zucker in kabel so drin ist den zucker gehalt von kabel kakao getränk was hatte er da das ist wahrscheinlich vanille gewesen oder ne hat er banane gesagt banane war es im gegensatz zu klassischem kakao trinken hält kabel in der rezeptur von heute sehr viel zucker ja das habe ich mir schon gedacht aber wie viel auf 100 gramm sind 77,5 gramm zucker also lieber rein alle selbst wenn du dir da kaber in den kaffeehaus dürfte das so vom zuckerigen her halt nicht viel unterschied machen was dann halt eine schöne banan nicht banan note oder vanille note dabei aber ansonsten ist es ja trotzdem süß wie sonst nichts schmeckt bestimmt auch interessant tatsächlich habe ich das schon mal ausprobiert schmeckt gut aber man sollte es trotzdem vielleicht nicht unbedingt bevorzugen also man sollte schon ein bisschen darauf aufpassen was man macht ja das ist der satz des tages würde ich mal behaupten übrigens nebenbei für die kleinen special leute unter euch die sind oder ähnliche ideen haben wie ich und sich zum beispiel auch mal eine zuckerweine maschine gekauft haben diese teile sind auch perfekt um die zuckerweine maschine zu befüllen ja was soll das du ex youtube profi das funktioniert perfekt man kann nämlich dann einfach her gehen eine kleine dosis passt perfekt für die zuckerweine maschine ich wiederhole mich aber was ist falsch an einem löffel und man hat das problem mit dem löffel dass man das irgendwie oben drauf verteilt sondern man kann es schön jetzt mal ganz im ernst rein also wenn ich den löffel ich kann doch den zucker pot nehmen direkt an die zuckerweine maschine gehen und dann mit dem löffel das da rein füllen sofern ich halt keine probleme in irgendeiner form mit meiner hand habe dass sie zittert was zittert dann sollte das auch alles da irgendwie drinnen landen aber okay ja gut dann nimm halt den zuckerstreuer ist ja auch okay da das jetzt so eine kleine spitze hat vor allem kann man das perfekt einschenken okay also kann ich nur empfehlen dann könnt ihr auch euch wie gesagt einfach mal fünf stücke oder was besorgen einfach mal den in verschiedene zuckerstücken da rein oder auch mal kava rein ihr müsst wie gesagt nur darauf aufpassen dass ihr dann kava benutzt nicht versehentlich aber die zuckerweine maschine kippt das ist lezentun praktisch und das gleiche gilt halt für zucker den ja in der woher kava in die in den kaffee schuldet oder so aber es ist auf jeden fall praktisch und ich persönlich muss sagen meine mann und sie sind teilen ist absoluter favorite im vergleich zumindest zu löffeln und schälchen wo man mit dem löffel raus tunken muss es gibt natürlich dutzende und aber dutzende verschiedene varianten wie gesagt es gibt die aus glas es gibt die aus plastik es gibt welche die oben flach sind aber mit so einem kleinen deckelchen wo man rauskippen kann ja aber die mag rein alle nicht weil da kann man nicht so gut dosieren und es gibt natürlich und das ist so der klassiker was viele vielleicht kennen die so meine generation sind es gibt diese teile auch von duper 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 was ist duper jetzt wieder das wissen jetzt die jungen wissen das vermutlich noch gar nicht wobei mittlerweile ja eigentlich alles was so diese fischhalte dinge so was hier das ist duper tuper ja stimmt reiner das ist tupperware natürlich tupperware gibt es immer noch immer noch dabei was was ist oder vielleicht habe ich es auch nicht mehr so mitbekommen was es vielleicht nicht mehr so gibt sind diese tupperpartys aber für eventuell bin ich da halt jetzt raus weil keine ahnung weil ich nicht mehr in diesem klientel bin aber tupperpartys habe ich auch schon zweimal mitgemacht in jungen jahren durch meine mutter die das mal abgehalten hat ja interessantes schneeballsystem haben wir auf jeden fall was ist jetzt ist egal anderes thema aber ja reiner doch tupper gibt es eh und je überall zu kaufen ist es sogar tupperware ist sogar offizielle tupperware sowas nennt man tupperware und heutzutage wird glaube ich aber alles was so eine art hier nicht so was solche verschlüsse hat wird glaube ich alles tupperware genannt nö also ich nicht glaube ich nicht sagte eigentlich keine tupperware zu obwohl nicht alles also nicht nicht zu allem zu dem da würde ich sagen ja ist tupper aber zu den ganz normalen plastik behältern glaube ich nicht originale tupperware ist das hier ist original tupperware ja ist ja gut original steht sogar mit drauf hier tupperware genau und früher hat man ja so tupperpartys gemacht aber das ist mittlerweile eben so dass diese dinger speziell dafür sind aber heutzutage hat man ja generell solche verschiedene sachen und da gibt es von den original tupperwaren von früher gibt es so einen kleinen behältnis ich habe das auch noch irgendwo rumliegen ich weiß nicht wo aber ich habe leider die behälter dafür nicht mehr da gibt es dann einen roten oder einen orangen und einen blauen die kann man dann in so eine so eine ding zum rumtransportieren benutzen und da kommen die eine milch und die andere die eine milch und die andere zucker reinpacken die habe ich leider wie gesagt nicht mehr und da haben auch einen deckel da kann man einfach den deckel vorne hochklappen dann bleibt der vorne oben weil der hat dann hinten so einen hebel oder wenn man da reinklickt dann ist es drinnen kann man rauskippen und wieder zumachen da ist halt wieder der nachteil es hat keine dosierungsform so es hat keine dosierungsform und deswegen keine möglichkeiten irgendetwas in die richtung zu machen dass man da irgendwie keine ahnung das ganze irgendwie dosiert so in der nächsten folge geht es um handy halterung ach schön und meine persönliche handy halterung weil mein handy ja so riesig ist also die meisten handys heute tag ist ziemlich groß und meins ist dann noch dazu ziemlich schwer und breit und wie ich mit meinem handy halter zufrieden bin so dann danke ich fürs zuschauen ich hoffe ihr seid in der nächsten folge wieder mit dabei bis dahin euer drache haut rein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal tschüss tschüss immer dieser griff nach vorne sehr schön sehr gut rein alle sehr gut das war die meinung zu zucker steuern wer hätte das gedacht ich nicht das ist da tatsächlich zwei meinungen gibt aber übrigens ich muss jetzt vergessen und ich hatte glück ich muss nämlich immer die die intros vom spiegellord mir vorher mal angucken denn bei dem letzten meinungsvideo was wir uns angeschaut hatten war leider ein intro dabei was youtube nicht konform gewesen ist naja jetzt habe ich es vergessen aber ich hatte glück sehr gut weiter geht es rein numero acht handy halterung mensch wir kommen ja auch voran hier wurde servus und herzliches willkommen beim drachen hallo das habe ich gerne noch eine mail bekommen warte mal eine sekunde das muss ich mal eben checken klar lasst ihr zeit rein alle lasst ihr zeit ich meine du hast ja das video gerade erst gestartet und das ist auch danach machen können oder ist das etwa kalkül willst du uns zeigen wie viele emails du bekommst willst du uns zeigen dass du ganz hart am arbeiten bist na 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 so na 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 nach na erst einmal, ähm, oder erst einmal hallo und willkommen. Ja, da sind, äh, Feuerwerk im Kopf. Also, heute geht's um, äh, unter anderem dem hier. Ja. Fählen wir mal was ein. Alexa, Arbeitszimmer an. Alexa, Arbeitszimmer an. Ah, hört sie nicht? Keine Frau auf der Welt hört auf mich. Wieso noch nicht? Ja, stell dir mal die Frage rein. Ich weiß nicht, ob dir die Antwort gefällt, aber naja. So, also zunächst mal. Es hat was mit Respekt zu tun, sagen wir es mal so. Das hier ist mein Handyhalter. Gibt's auf Amazon. Finde ich persönlich sehr praktisch, weil er ist kaum größer als ein Handy, wobei ein bisschen größer als ein Handy ist er schon. Nee, er ist kleiner als ein Handy. Und jetzt denken sich viele so, fast schon, mein Handy ist robust. Jetzt denken sich viele, ist es überhaupt möglich, damit ein Handy vernünftig zu halten? Weil das Teil sieht so ziemlich klein und zerbrechlich aus. Und ich sag euch, das Teil ist echt genial. Ich bin davon echt, äh, echt befriedigt. Befriedigt? Falscher Spruch. Ich bin davon echt zufrieden, oder damit echt, äh, zufrieden. Genau. Also, man kann es einfach aufklappen. Ja. Man hat hier so Halterungen. Wenn man die aufklappt, die sind beweglich. Toll. Ja? Also hier, die sind beweglich. So. Und jetzt ist es... Jetzt kommt mir irgendwie so vor wie so ein Schulprojekt. Ne? Aber okay, mach weiter. Natürlich. So ist natürlich der Winkel zu extrem. Der Winkel. Wenn man ein Handy so hinstellen, würde es umkippen. Aber deswegen kann man es nochmal so machen. Das Geile an dem Teil ist, dass es nicht besonders schwer ist, nicht besonders groß ist. Man kann es leicht irgendwo verstauen. Man kann es leicht irgendwo in den Urlaub mitnehmen. Oh Gott, ich mach hier im Verkaufsvideo oder was. Äh, mach ich natürlich nicht. Ne, was machst du eigentlich? Ich weiß es auch nicht, Rainer. Äh, diese Meinungsvideos sind relativ überflüssig, kann man sagen, glaube ich. Du zeigst halt Sachen, die auf deinem Tisch liegen. Sagen wir es mal so. Sachen, die auf deinem Tisch liegen, präsentierst du uns. In unnachahmlicher Drachenlord-Manier. Aber es ist halt ein richtig geiles Teil. So. Toll. Passt perfekt. Ja. Mein Handy ist ziemlich groß und ziemlich schwer. Deswegen habe ich an meinem Handy oft das Problem. Es ist immer das Schöne an einem Handy, ne? Wenn es groß und schwer ist. Weil das ist ein großer Vorteil. Dass ich keine vernünftige Handyhalterung habe. Ja. Ich habe diverse und verschiedenste Sachen schon ausprobiert. Und, äh, ich habe leider nie die Möglichkeit, irgendwie ein Handy irgendwo einzupacken. Deswegen muss ich mir immer irgendwie überlegen, wie genau stelle ich das jetzt irgendwo irgendwie an, dass ich das Handy irgendwo unterbringe. Äh? Bei mir ist es relativ einfach, weil dadurch, dass das Handy hier so, dass die Funktion hier so einfach ist, kann man das jederzeit irgendwo hinmachen. Man kann es weiter nach hinten machen. Man kann es höher machen. Man kann es aber auch niedriger machen. Man hat wirklich viele Funktionen. Man kann es sogar ganz runter machen. Dann kann man es so, wenn das Handy zu schwer ist, zum Beispiel. Ich muss dazu sagen, mein Handy ist ja relativ schwer. Aber die Halterung ist wirklich stabil. Also, ich habe bisher noch keine Ermüdung davon festgestellt. Das ist sogar teilweise, äh, es erfordert schon ein bisschen Kraftaufwand, das zu verschieben. ist es wirklich ein Verkaufsvideo. Allein müsstest du oben irgendwo Werbung einblenden. Aha. Also, es ist nicht so, ist nicht so einfach. Hier vorne geht es ein bisschen leichter. Ja. Hier vorne geht es ein bisschen leichter, es zu verschieben, als hinten. Ja. Toll. Aber wenn man zum Beispiel weniger Platz hat, kann man es einfach so machen, dass es sich so festhält. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, kann man es so machen, dann ist der Winkel nicht ganz so steil. Der Winkel. Dann bleibt es hier so auf dem Tisch hängen. Das heißt, es kann nicht runterrutschen oder sowas. Und selbst wenn das Handy schwerer ist und es nach unten biegen würde, was ich bezweifle, dann hat man immer noch die Möglichkeit, dass man es eben auf dem Tisch oder wenn man nicht so viel Platz hat, hier so abstellt. Und dann ist das fest, dann ist das stabil. Äh, Fun Fact, ich besitze keine Handyhalterung hier am Tisch. Ansonsten, ja, besitze ich keine Handyhalterung. Ja. Aber ich persönlich habe es oft in dem Winkel hier, weil das ist der perfekte Winkel, wenn ich es auf meinem Tisch stehen habe, kann ich das perfekte Handy reinstellen und habe einen perfekten Blick auf mein Handy, kann zum Beispiel perfekt TikTok schauen, kann perfekt Snapchat machen, kann perfekt Videos schauen drauf, wobei ich selten Videos auf mein Handy schaue, weil ich meinen Computer habe. Aber ich habe die Möglichkeit dazu. Und ich habe viele andere Möglichkeiten. Oder ich kann zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit jemandem WhatsApp schreibe, das mache ich zum Beispiel mittlerweile im Stream oft, kann ich das Handy einfach so nebenhin stellen, weil es nicht viel Platz braucht, habe ich hier überall Platz am Rechner. Dann kann ich es einfach wohin stellen und kann einfach nebenbei ein bisschen tippen, merkt man gar nicht groß. Außer wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde rumstehe in einem Game. Aber im Normalfall merkt man es nicht, wenn ich jetzt mal kurz ein Hallo schreibe oder einmal kurz, ja, ich merke mich später oder ich bin im Stream oder sowas, dann einfach mal kurz, in meinem Fall kann ich das Handy auch mit meiner, ja, wo ist die Kamera? Fingerabdruck. Ich kann mit meinen Fingerabdruck. Ah, oh, Moment. Ja. Ja, das ist die Außenkamera. Sehr gut, Reinerle. Das ist schon paranoid irgendwie, ne? Weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch das gewesen sein, was in den ersten Videos hier unten links gestanden hat, also aus seiner Sicht rechts, wo er halt immer hingeguckt hat, später ja auch hier oben irgendwo hin, wird wahrscheinlich der Monitor gewesen sein, als da irgendwelche Leute auf der Straße gewesen sind. Aber ihr müsst euch ja auch mal vorstellen, hier ist die Straße da und das alles sieht er sich halt immer an, wenn, also hier auf der Straße, wenn da Leute stehen. Anstatt das hier abzuschneiden, so, sodass man halt die Straße nicht mehr sieht, sondern nur Hoftor und halt das eigene hier. Ich glaube, das würde der Psyche viel besser tun, oder? Naja, gut, dann würde er sich wahrscheinlich die ganze Zeit fragen, ist da jemand? Ist da ja auch nicht. Oder es ist halt einfach gar nicht filmen, die, äh, die Straße draußen. Ja, muss die Kamera. Ich kann mir meinen Finger auch mit dem Handy, mein Handy auch mit dem Finger abzugsteuern. Ja, ja, ja. Toll. Und damit ist es perfekt. Damit passt es. Dann ist es optimal. Und das Coole ist, jetzt ist das Handy richtig drinnen, ne? Und ich kann einfach, wow, dass es runterfällt. Wow, und da sieht man es nochmal ein bisschen besser. Wie gesagt, Reino schaut sich immer die Straße hier an. Immer. Ich kann es perfekt dann einfach direkt steuern mit dem Handy. Ich brauche also quasi bloß, wenn es steht, einfach bloß mit dem Finger hinten hingehen. Es ist an. Und ich kann es perfekt benutzen. Jetzt meine Meinung. Ja. Genug Verkaufsgespräch. Und ich habe auch gerade wunderbar die Haterfliege hier im Vorbeihuschen erwischt. Das ist sehr gut. Das war wirklich wie ein Verkaufsvideo. Ja. Ist es natürlich nicht. Ich würde das Ding jetzt nicht andrehen, sondern ich will, äh, das ist auch kein Product Placement oder sonstigen Scheiß, obwohl es praktisch wäre. Ne, es ist, ähm, es geht wirklich erst nochmal darum, dass das Handy, dass eine Handyhalterung für mich immer so eine Sache ist. Ich war lange hin und hergerissen. Kaufe ich mir eine? Kaufe ich mir keine? Mache ich das? Mache ich das nicht? Will ich das? Will ich das? Will ich das? Will ich das nicht? Es ist eine verdammte Handyhalterung, Reinerle. Da überlege ich fast gar nicht großartig. Wenn ich eine brauche, kaufe ich mir eine. Ja. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen jemandem, der regulär arbeiten geht und vernünftiges Gehalt hat und jemand, der halt, äh, nur auf die Gelder anderer Leute angewiesen ist, ne, und auf gut Glück, dass sie ihm heute mal wieder das und das spenden werden. Ja. Ja. Ich habe in meiner Vergangenheit, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt über 30, so. Mein erstes Handy hatte ich mit 15 oder mit 14. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube auch, ich hatte mein erstes Handy auch, glaube ich, mit 15 oder 16. Äh, Nokia 3310 war es damals. Tatsächlich das perfekte Handy gewesen. Ist leider irgendwann verschwunden. Ich glaube ja, es wurde weggeschmissen. Schade, ne? Jetzt... Gerne noch weiter genutzt, aber, ja, okay. Naja, so ist das. Dann halb 15 ungefähr hatte ich mein erstes Handy. Und damals waren die Handys, die man heute hat, die waren damals natürlich, ne, die haben doch nicht existiert. Die gab's noch nicht. Ne, die hießen ja auch nicht Smartphones rein. Das waren ja Handys. Das, was heute existiert, sind Smartphones. Das krasseste Handy war, als ich dann in die achte, in die siebte oder achte Klasse kam, das war damals das Motor Racer. Das war damals total bekannt, weil so dieses Club Handy war dieses ganz dünne Club Handy. War so cool. Motorola Racer war das damals. Oder so ähnlich. Und, ähm, ja, es war damals halt so, dass ich die ewig überlegt hab und so weiter. Äh, weil ich hab mir immer wieder neue, ich hab damals gab's diese, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, es gab damals diese Handyhalterungen, wo man hingestellt hat. Das hatte so Füßchen, äh, hatte so ein, so ein, so ein Teil vorne dran und, und oben so ein Kopf und hatte so Hände nach vorne. Also würde es das Handy umarmen, also das Männchen, was die Handy umarmen würde oder auf dem Schoß hätte, so ungefähr. Und das war eigentlich ganz cool, weil das sah, das sah cool aus und das hatte irgendwie Stil. Das Dumme ist nur, Handys passen heutzutage in sowas nicht mehr rein, weil die Handys damals schmaler waren und auch nicht so groß waren. Also ein Handy damals war vielleicht so groß und ungefähr so schmal. Ah, also im Prinzip so eine Ecke vom Handy war das damals. Es gab natürlich auch größere Handys, es gab Handys, die hatten die Größe von dem Haustelefon. Aber im Normalfall waren die, vor allem die Nokias, ich hab ja noch ein 3310 da, ich weiß nur leider nicht, wo es ist, sonst hätt ich es mal geschaut. Aber, oder ich hab's nicht. Ich glaube, ein Star, ich weiß noch nicht, wo es ist. Sehr gut, Rainer, sehr gut. Ich glaube, ich hab's mittlerweile weggeworfen, weil es ist schon seit Jahren kaputt. Auf jeden Fall ist es so, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man hier, dass es nicht funktioniert. Äh, ja, lange redet gar keinen Sinn. Die, äh, ist auf jeden Fall verloren. Ja, schade. Also, ähm, genau, ich mag eigentlich keine Handyhalterungen, weil, ob jetzt im Auto oder, oder zu Hause sind Handyhalterungen, zu Hause waren Handyhalterungen für mich bislang immer unnötig, weil, ich hab einen Tisch, da lege ich es hin, Punkt. Aber, ja, genau deswegen hab ich keine Handyhalterungen am Tisch, würde ich behaupten, ne. Aber ich muss sagen, äh, vor allem seit ich meine Überwachungskamera auch am Handy und am Tablet immer benutzt, und auch seit ich neben, äh, YouTube, während ich streame, zwischendurch mal kurz eine Sprachnachrichter meiner Freundin oder so schick, oder eine, 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 eine Textnachrichter meiner Freundin schick, ist es tatsächlich praktischer, seit ich die, äh, Halterung hab, weil, äh, das Handy hat den perfekten Winkel, um einfach mal zwei, drei Tasten zu drücken, ähm. Und ich kann es halt perfekt mit einem, mit einem Knopfdruck, beziehungsweise mit einem Fingerabdruck direkt entsperren, was sehr praktisch ist und auch schon sicher ist. Ja, äh, Handyhalterungen selber finde ich, wie gesagt, generell nicht so besonders. Die muss ich sagen, finde ich sehr gut. Ich bin halt tatsächlich am überlegen, ob ich mir mal schaue, dass ich mir noch eine zweite besorge, nur für alle Fälle, falls die mal kaputt geht. Und wie gesagt, das Beste an der Handyhalterung ist halt, so, und weg ist sie. Wow. Das ist nicht mal so groß wie das Handy. Kann man theoretisch gesehen, wenn man eine Tasche fürs Handy hat, kann man schauen, ob man die vielleicht an die Tasche vom Handy mit dran macht. Hat man es immer dabei und man kann es jederzeit nutzen. Und selbst, wenn man, äh, keine Tasche fürs Handy hat, man kann es auch mal in die Hosentasche stecken, weil es ist kaum größer als ein Handy. Beziehungsweise es ist ungefähr so groß, wie die Handys früher waren. So, so groß ungefähr war damals mein HTC, ähm. Nicht mein HTC, mein HTC war viel größer. Das hier ist ungefähr so groß, wie damals mein, äh, Huawei, mein erstes Huawei war. Das kleine, das hat 80 Euro gekostet, das war ungefähr so groß wie das hier. Oder mein Samsung Corby war auch ungefähr in der Größe. Ähm, weil damals war, damals war es noch so, Handys sollten klein und kompakt sein. Ja, Reinerle, weil Handys damals auch nicht diesen Touch-Display hatten, beziehungsweise, dass man darauf auch noch Filme gucken konnte und ähnliches, sondern ein Handy sollte nur SMS schreiben und halt telefonieren können. Ja, Erreichbarkeit sollte gegeben sein bei einem Handy. Heutzutage ist das natürlich was völlig anderes oder es hat sich halt mit der Zeit so entwickelt, dass man da einen kleinen, äh, Taschencomputer mit sich rumträgt, in dem man halt so viel machen kann, äh, was ja, also die Entwicklung des Smartphones finde ich ja immer noch unglaublich, was man da in den letzten Jahren so alles reingebuttert hat in dieses, in dieses kleine Teil da. Ja, was man da ja wirklich rumträgt, ist ja wirklich ein Wunderwerk der Technik, wie ich finde, ne, wenn man mal überlegt, was vor, vor 20 Jahren auf dem Markt gewesen ist oder vor 25 Jahren, unfassbar, unfassbar, aber, äh, ja, Reinerle, es hat sich halt entwickelt, ne, man kann ja tatsächlich Handys und Smartphones kann man ja nicht vergleichen. Tatsächlich ist ja eher so die Funktion eines Handys in ein Smartphone übergegangen. Wir sagen halt immer noch Handy dazu, obwohl eigentlich wäre Smartphone, äh, der bessere Begriff für das, was du da in den Händen hältst. Alles klar. Ja. Das war's erstmal soweit dann auch von diesem Meinungsvideo oder für dieses Meinungsvideo, hat jetzt wieder ein bisschen mehr gelaunt. In der nächsten Folge, was, über worüber sprechen wir in der nächsten Folge? Ob Reinerle sich tatsächlich, als er diese Videos aufgenommen hat, so in irgendeiner Weise versprochen hat, dass da Firmen auf ihn aufmerksam werden und, ähm, ihm dann tatsächlich Produkte zu senden für Product Placement, ne, das, das wollte er ja auch schon immer haben, dass ihn irgendwelche Firmen unterstützen in irgendeiner Weise, dass sie ihm, äh, ihre Produkte zusenden, sodass er die vorstellen kann, sondern er hatte ja schon sein, seine Handy-Vorstellungsvideos gemacht damals und so weiter und so weiter. Ich denke mal, das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum er diese Meinungsvideos überhaupt produziert hat. Ach ja, das ist doch eine gute Idee. Wir sprechen in der nächsten Folge über Feuchttücher. Klasse. Und meine Meinung dazu. Bis zur nächsten Folge, euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Freue mich schon. Traumhaft, Reinerle, traumhaft. So, ich, äh, schaue dann einfach mal schnell. Wir hatten jetzt die Handy-Halterung, jetzt haben wir die Feuchttücher. Welches Intro hat der Spiegel dort denn hier reingesetzt? Kann ich das zeigen? Oh ja, das kann ich zeigen. Das ist super, das Intro. Ach ja, er hat einfach die besten Intros. Vielleicht erkennt ihr es schon, ne? Wie gesagt, nächste Folge, Feuchttücher. Okay, da war das N-Wort drinne. Ich hoffe, YouTube, äh, ja. Metal, Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Öfter mal was Neues. Das ist im Prinzip genau der Punkt in diesem Format. Heute haben wir einen kleinen anderen Winkel, obwohl es die gleiche Aufnahmesession ist. Du und deine Winkel, ey. Du musst dir kurz mal kurz weg und da habe ich dich jetzt ein bisschen umgestellt. Jetzt habe ich einen anderen Winkel. Mein Gott, nicht so schlimm. In der letzten Folge hatten wir... Nö, jetzt sieht man auch viel besser die Tür hier hinten, Reinerle. Das ist richtig. Man sieht die Tür, hier hinten das Posterzimmer und wie immer der fleckige Greenscreen, der nicht richtig aufgehängt ist. Mensch, anstatt den einfach mal zu straffen und zu raffen, sodass der da wirklich nicht so, ja, falten wirft. Ich habe ja über meine Handyhalterin gesprochen. In dieser Folge sprechen wir über Feuchttücher. Gott sei Dank. Ich habe jetzt keine besonders vielen verschiedenen Feuchttücher. Ich habe jetzt halt im Prinzip nur die hier jeden Tag. Da ich die von... Und ich möchte es nicht ansprechen, aber ich möchte es jetzt groß thematisieren. Ich spreche es nur ganz kurz an, weil ich das da eben habe. Ich habe die Feuchttücher von den Hatern zugeschickt bekommen, weil die mich damit verarschen wurden. Weil ich ab und zu ein paar Sachen von jedem Tag gehabt hatte. Weil ich noch viele Sachen von ja gekauft habe, kam das gleiche raus. Nur halt mit ja. Egal. So, wir wollen wie gesagt nicht die Hater thematisieren. Wir haben jetzt hier Feuchttücher mit Kamille. Ja. Und jetzt ist die Frage, was genau ist am sinnvollsten bei Feuchttüchern, beziehungsweise sind Feuchttücher überhaupt sinnvoll? Naja, es ist erst einmal die Frage, wofür benutzt man die Feuchttücher? Ich für meinen Teil benutze die Feuchttücher entweder... Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Feuchttücher nutze. Ja, ähm... Gut. Zu Ende, ne? Dann kannst du ja jetzt direkt auf den Ende-Knopf drücken. Also, Aufnahme beenden, Reinholde. Perfekt, weil... Wie willst du eine Meinung zu Feuchttüchern haben, wenn du sie sowieso nicht benutzt? Warum liegen sie denn dann da überhaupt auf deinem Schreibtisch? Ähm... Eigentlich benutze ich keine Feuchttücher. Ich habe mein Leben lang... Eigentlich bin... Oh, nee, sag doch sowas einfach nicht. Du laufendes, wandelndes Meme, ey. Noch nicht einen einzigen Cent für Feuchttücher ausgegeben. Äh, hast du überhaupt schon mal irgendeinen Cent für irgendwas ausgegeben, Reinholde? Ja, doch, hast du ja. Hast du, sonst hättest du nicht so immense Schulden. Das ist schon richtig. Aber vieles von dem, was du besitzt, ist dir natürlich auch geschenkt worden, sagen wir mal so. Hm. Und das ist das Problem. Deswegen erkennst du den Wert auch vieler Gegenstände einfach nicht. Das steht mich nicht falsch. Hätte ich jetzt zum Beispiel ein Kind, ja, hätte ich jetzt einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter, die man auch... Gott bewahre. ...wickeln müsste, dann würde ich Feuchttücher natürlich benutzen, weil man die ja zum Saubermachen von den Kindern gut verwenden kann. Aber für mich als Erwachsenen... Man kann sie... Wofür man die Feuchttücher verwenden kann, ist, wenn man mal klebliche Hände hat. Kann man sie mal... Im Rechner ist es praktisch, oder dann kann man sie mal schnell sauber machen, ohne jetzt extra zum Waschspringer hinzumüssen. Okay, ich weiß zwar nicht, warum ich am Computer plötzlich klebrige Hände haben sollte, aber okay. Wobei ich sagen muss, ich habe eher das Gefühl, dass meine Hände danach noch mehr kleben als vorher. Na, das sind ja auch keine Desinfektionsmittel rein, das sind ja auch Feuchttücher. Das andere ist, wofür ich Feuchttücher benutzen würde, eventuell oder auch schon benutzt habe, ist, wenn ich mich sauber mache, wenn ich mich geschminkt habe. Das Problem dabei ist allerdings, dass es verschiedene Arten von Schminke gibt. Und bei mancher Schminke ist es äußerst unpraktisch, wenn man sich mit Feuchttüchern sauber macht. Habe ich jedenfalls festgestellt... Gleich nichts zu sagen, ich schminke mich nicht. ...wenn manche Schminke dann erst recht klebt und nicht weg geht. Oder sich am besten noch ganz übers ganze Gesicht schmiert. Ich habe mich mal mit Feuchttüchern sauber gemacht. Ich hatte hier an der Stirn ein bisschen was und hier an den Seiten ein bisschen was. Ich wüsche drüber, mein ganzes Gesicht ist braun und schwarz und grün. Was zum... Also, es ist schwierig. Feuchttücher, also besonders am Rechner benutze ich die eigentlich... Ich benutze die eigentlich, wie gesagt, für gar nichts. Wenn ich sie mal benutze, also wenn ich jetzt mal welche habe, jetzt habe ich ja welche, benutze ich sie ab und zu mal, um den Bildschirm sauber zu machen. Meine Maus sauber... Um den Bildschirm sauber zu machen mit Feuchttüchern? Feuchttüchern? Na, weiß ich nicht. Da würde ich eher was anderes nehmen. Würde ich lieber hier diese Brillenputztücher nehmen oder so, wenn das sein muss. Oder halt so ein Mikrofasertuch. Das geht auch ganz gut. Oder zumindest hier so ein Mikrofasertuch. Und wenn es sein muss, ein bisschen anfeuchten. Das geht schon. Aber Feuchttücher? Weiß ich nicht. Schmiert das nicht? Ich weiß ja nicht. Mein Handy mal sauber zu machen oder mein Bildschirm vom Tablet mal sauber zu machen. Aber für was anderes benutze ich die eigentlich nicht. Und wenn die mal leer sind, werde ich mir keine neuen kaufen, weil die sind sinnfrei. Wenn ich wieder welche kriege von Zuschauern oder sowas, dann verschenke ich die halt an Freunde oder Bekannte. Ich habe genug Bekannte, die Kinder haben. Ich habe genug Bekannte, die sowas auch benutzen. Oder auch Freunde. Dann verschenke ich das an die Leute. Klar, deswegen liegt ja auch noch diese Packung Feuchttücher da bei dir, ne? Äh, merkst du selber. Mich selber ist es sinnlos, weil ich benutze die, wie gesagt, nicht. Ich habe die ein einziges Mal angerissen und aufgemacht. Und deswegen habe ich jetzt halt noch hier liegen, weil ich es halt mal zwischendurch gedacht habe. Ich probiere es jetzt mal aus. Weil alle ja immer so, oh, Feuchttücher, voll geil. Keine Ahnung. Ja, äh, ansonsten, Feuchttücher sind meiner Meinung nach somit irgendwie die sinnlosesten Tücher, die es gibt. Mal abgesehen davon, wenn man natürlich ein Kind hat, was wir ja gerade erklärt haben. Nein, wenn man das Kind wickelt. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Die sind doch nicht die sinnlosesten Tücher überhaupt. Du hast ja gerade selber erklärt, dass wenn man ein Kind hat, das absolut braucht. Und auch wenn man auf Toilette gewesen ist, ist es schon nicht schlecht, so ein Feuchttuch zu haben. Übrigens ganz wichtig, Feuchttücher niemals in die Toilette werfen. Die zersetzen sich nicht. Die verstopfen dann einfach nur den Abfluss. Anders als bei normalem Toilettenpapier. Gehören Feuchttücher in den Hausmüll. Ja. Also Restmülltonne. Wer so einen Zauber macht, ist natürlich gut. Und manche Hater beginnen lässt. Was? Ja, wie gesagt, Rainer. Ich will das Thema gar nicht ansprechen. Also, Feuchttücher sind für mich immer ein bisschen uninteressant. Mit Kamille ist immer so die Frage, wieso hat das Zeug eigentlich in Kamilleduft drinnen? Weiß ich nicht, Rainer. Warum holst du dir nicht einfach Seife, die nach nichts riecht? Warum holst du dir Deo, was nach nichts riecht? Oder ähnliches. Vielleicht einfach so für den Komfort. Ich meine, Kamille riecht gut. Kamille ist gut, wenn man krank ist. Aber ich persönlich finde jetzt nicht, dass Kamille besonders gut riecht. Ich persönlich... Kamille riecht gut riecht. Kamille ist super. Ich finde nicht, dass Kamille gut riecht. Was? Habe ich irgendwas verpasst, Rainer? Sag mal... Jetzt ohne beleidigend zu werden, ne? Aber... Überleg doch mal bitte, was du da redest, Rainerle. Da oben, da sind halt wirklich nur noch blanke Drähte, die aufeinander schlagen. Junge, 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 Junge. Und das ist keine Beleidigung. Das ist halt einfach nur eine Feststellung von Rainerles momentanen Zustand. Weil der Junge, der geht halt auch nicht raus. Der redet nicht mit anderen Leuten. Und genau das ist das Problem. Wenn man nicht mit anderen Leuten redet. Dann redet er dann halt nur mit sich selber. Und das ist gefährlich. Und meistens kommt da immer nur Quatsch raus. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Kamille generell irgendwie gut aussieht. Also gut aussieht, das ist eine Blume natürlich. Das sieht natürlich wie eine schöne Blume aus, klar. Das ist auch okay. Aber ich weiß nicht. Das sollte dir auch gut aussehen auf einem Feuchttuch. Ich kann mit Kamille nicht sonderlich viel anfangen, außer im Tee. Ja, du kannst, abgesehen davon, trinkst du keinen Tee. Du nutzt ja auch keine Feuchttücher. Also ist das ja alles, was du sagst, redundant. Und ehrlich gesagt, dass ich die Feuchttücher, ich habe die jetzt mittlerweile schon wieder lange nicht benutzt. Ich habe die nur zwei, drei Mal benutzt hier am Rechner. Und habe auch nur zwei, drei Tücher rausgenommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir wurde von dem Geruch tatsächlich schlecht. Ja, dann schmeiß die weg. Dann schmeiß die weg und nutzt die nicht. Ich weiß nicht, ob das an mir lag. Ja, das ist wahrscheinlich. Ob das am Geruch der Tücher lag. Oder ob die Tücher einfach irgendwie schlecht waren. Obwohl ich glaube... Ja, die schimmeln wahrscheinlich schon. Können die ablaufen? Nein. Die können nur trocken werden, Rainer. Die können ablaufen. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 10.06.2023. Oh, das war vor 14 Tagen. Hey, Rainer, das Feuchttücher sind abgelaufen. Hahaha. Oh mein Gott, Rainer, das Feuchttücher sind abgelaufen. Ich glaube es ja nicht. Sollten die noch irgendwo irgendwie rumliegen, die sind nicht mehr gut. Na gut, es ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt ja nur, dass es bis zu diesem Datum die Haltbarkeit garantiert ist. Beziehungsweise die Qualität des Produktes ist garantiert. Aber es kann wahrscheinlich noch genutzt werden. Sehr schön. Also ich bin zweifel, dass die abgelaufen sind. Das dauert wohl noch ein bisschen. Auch wenn die offen sind schon, kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich habe die damit zuerst aufgemacht. Also kann es erst recht nicht sein. Naja, Rainer, das entzieht aber die Feuchtigkeit. Ja, und deswegen muss man jetzt mal gucken, wie man das am schlauesten anstellt. Was? Was willst du? Hä, was? Wie man was am schlauesten anstellt? Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung. Wartet mal eine Sekunde. Klar, aber sehr gerne doch. Dieser Mensch mag keine Feuchttücher, aber hat eine Meinung zu Feuchttüchern. Wobei, das ist ja tatsächlich eine Meinung. Wenn er sagt, ich mag keine Feuchttücher, ich nutze keine Feuchttücher. Das ist eine Sache, die kann man in zwei Minuten abfrühstücken. Heute meine Meinung zu Feuchttüchern. Ich nutze keine Feuchttücher, ich mag keine Feuchttücher. Tschüss. So kann man auch ein Video füllen, ne? Was machst du da? Schreibst du da irgendwas? Also, Feuchttücher sind für mich eigentlich immer ein wenigstens so Luxusartikel gewesen, die man eigentlich nicht benötigt. Luxus? Oh, es ist jetzt so teuer. Sondern einfach im Sinne von, es ist unnötig. Als Kind habe ich die eigentlich nie benutzt. Als Erwachsener auch nicht. Ich hatte die ein einziges Mal, hatte ich die auf Klassenfahrt dabei. Ach, komm schon, Odyssee. Moment, ich hatte die ein einziges Mal, hatte ich die auf Klassenfahrt dabei. Ähnlich auf Klassenfahrt. Das war dann auf Konfirmandenfahrt. Da waren wir in unserem Schloss und alles. Für ein Wochenende. Und da habe ich die dabei gehabt. Ich habe die dann auch benutzt. Und es hat mir nicht gefallen. Und seitdem habe ich die nie wieder angefasst. Bis auf jetzt halt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich deutlich dazu sagen, ich persönlich halte es für sinnfrei, dass ich Gruß mit zu beschäftigen. Wie gesagt, für Kinder. Wenn man Kinder wickeln muss oder so kleine Kinder, Babys und so weiter, dann verstehe ich es. Weil es halt einfach schöner ist. Es ist sauberer. Und es ist einfach schnell gemacht. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie man die als Erwachsener oder wofür man die als Erwachsener benutzt. Frauen benutzt. Ähnliches Prinzip, Reinerle. Ähnliches Prinzip. Das sind sie, glaube ich, sehr oft eben, um die Schminke zu entfernen, falls sie solche Schminke verwenden, wo man das auch machen kann. Aber wie gesagt, ich habe schon den Fehler gemacht, dass ich mich halt geschminkt habe. Wobei das wahrscheinlich ein Unterschied ist zwischen dieser Schminke und kosmetischer Schminke. Weil ich habe ja so Party-Schminke quasi. Es ist halt schon ein Unterschied, ob man das so macht oder ähnlich macht. Bei kurz AFK im Kopf. Und, äh. Oder ist immer noch AFK im Kopf? Reiner. Ja, da sind böse, böse Menschen auf der Straße. Ich weiß. Aber komm, konzentrier dich. Gut, dann, äh, wie schweiz sind wir denn von der Folge? Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Er kann sich nicht, er kann sich nicht mehr konzentrieren. Er muss jetzt die ganze Zeit immer auf die Kamera gucken. Bis in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, euer Drache. Und hört rein. Tschö, tschö. So, und der letzte Blick geht schon wieder auf die Kamera. Sehr gut, Reiner, sehr gut. Ach ja, haben wir noch Zeit für eine Folge? Ja, natürlich haben wir noch Zeit für eine Folge. Ihr wisst, schaue ich nochmal ganz fix in, äh, das Intro rein. Ja. Ja, gut. Das hatten wir gerade eben schon, von daher, wenn ich es jetzt einmal drin gelassen habe, kann ich es auch weiter. Was geht's los? Ey, ich bin der Bohne. Grüßt, Arus. Jetzt mal für den Pornklicks. Grüßt, Schwanze. Liegen, Liegen. Das ist Nachflöcher! Oh, das kriegt mich. Diese Szenerie kriegt mich immer wieder. Mettelode, servus und herzliches Willkommen. Buh, ein Drachen. Mettelreiner, tolle Begrüße. Heute machen wir mal was etwas anderes. Und zwar geht's in dieser Folge. Heute machen wir was anderes? Okay, das ist keine Meinungsvideo oder was? Ich gehe um zwei Sachen, wobei es eigentlich nur um eine Sache geht, aber die eine Sache ist in der anderen Sache drinnen. Das hört sich falsch an. Nee, das ist... Hä? Entschuldigung. Bist du noch? Ach, nö. Sogar. Also es geht um Tuberware. Ach so. In dieser Folge geht es um Tuberware beziehungsweise um solche Behälter. Und in der nächsten Folge geht es um den Inhalt dieser Behälter. Ach so, aber dann... Hä? Ja, aber dann ist es doch nicht zwei Sachen. Das ist eine Sache. Das ist Tuberware. Weil ich habe da verschiedene Inhalte. Übrigens, wenn wir schon dabei sind... Ich habe auch hier noch einen anderen. Ach, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal irgendwas hier von meinem Schreibtisch nehmen musste und das abpusten musste. Tuberware, das werde ich euch auch zeigen. Da ist auch was drinnen. Allerdings ist das... Äh, schönes Frame, aber ich wollte eigentlich... Ist das nicht super drinnen? Tuberware, das werde ich euch auch zeigen. Das ist doch super siffig da auch. Hier. Da ist auch was drinnen. Allerdings ist das RASA. Was ist das? Sieht man das? Sieht man wahrscheinlich schlecht wegen der Lichtverhältnisse. Also, wie ich schon gesagt habe in den letzten Folgen. Kaber. Ach, er meint rosa wahrscheinlich, oder? RASA. Zwei verschiedene Sorten von Kaber. Einmal, ah, man sieht sogar, dass es rosa ist. Und jetzt ist es gelb. Das eine ist Bananen-Kaber, das andere ist Erdbeer-Kaber. Wie man sich denken kann anhand der Farbe. Obwohl, das könnte auch Himbeer sein. Wobei, gibt es eigentlich Himbeer-Kaber? In den USA bestimmt. Also. Das lässt sich rausfinden, Rainerle. Kaber, Himbeer. Gibt es? Wo fangen wir an? Meine Meinung ist unsere Tuberware. Oder halt generell zu so wiederverschließbaren Produkten. Also zunächst mal, ich persönlich finde extrem scheiße, dass wir so viel Plastik in der Welt verwenden. Unabhängig von allem anderen. Dann nutzt kein Plastik, Rainerle. Es gibt ja auch Alternativen, wie zum Beispiel Glas oder Metall oder ähnliches. Ich muss dazu sagen, sowas wie diese Tuberwaren-Sachen sind natürlich supergeil. Supergeil. Weil, weil die Sache an den Tuberwaren ist halt, man kann die halt wiederverwerten. Allerdings habe ich es tatsächlich schon geschafft, Tuberware auf eine Herdplatte zu stellen und die ist dann geschmolzen. Sach bloß, Rainerle. Sach bloß, ist die geschmolzen auf der Herdplatte? Puh. Weil die Herdplatte noch zu warm war. Schlau. Aber, wenn man so richtige, vernünftige Schalen und so weiter hat, die kann man für alles Mögliche verwenden. Ich habe auch aktuell was auf der Wunschliste, weil ich eben kaum noch was davon da habe. Weil ich das auch zum Beispiel verwenden möchte für mein, das kann ich mal hier kurz erwähnen. Ich habe ja dieses Ist-die-Welt-Paket. Und weil ich da nicht alles auf... Dieses Ist-die-Welt-Paket, ja. Was du dann ja angeblich wieder storniert hast. Ne, stimmt gar nicht. Sorry, stimmt gar nicht. Du hast dich dann beschwert, dass sie dir einfach nichts mehr liefern. Diese Firma, die hat sich aber dann später dazu geäußert. Diese Ist-die-Welt-Paket-Firma. Die ja... Ich erkläre vielleicht nochmal ganz kurz das Konzept. Man bekommt Süßigkeiten aus einem Land in einem Paket. Ne, für viel zu viel Geld. Viel zu teuer Geld wird einem dazu geschickt, für so ein bisschen Süßkram. Was man halt auch relativ easy in mittlerweile in Großstädten, gibt es ja auch diese Süßigkeiten-Läden, die das alles importieren. Was ich ja auch viel zu teuer finde, was die da alles vertreiben da. Aber gut, der Absatzmarkt ist halt einfach nicht so groß, dass man die auch günstiger anbieten könnte. Ist ja auch egal. Aber die haben sich dann dazu geäußert, dass du gesagt hättest, ja, die schicken mir einfach gar nichts mehr. Und die haben gesagt, Rainerle, du hättest diese Pakete einfach gar nicht angenommen. Du hättest die wieder weggeschickt. Und ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich denke mal, die werden trotzdem auf ihr Geld bestanden haben. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht wird da auch wieder mal Schulden angehäuft werden worden sein. Schulden angehäuft worden sein durch diese Verweigerung der Zahlung von diesen Ist-die-Welt-Paketen. Das gab es ja im Abo. Man hat ja irgendwie jeden Monat eins zugeschickt bekommen. Und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Irgendwie so war dieses Konzept. Das haben ja einige YouTuber damals dann gemacht und haben dann da diese Süßigkeiten vorgestellt als Content. Und du bist dann auch auf diesen Zug aufgesprungen. Wenn ich einmal öffnen möchte, habe ich das ja so gemacht, dass ich die Sachen nicht gezeigt habe, was ich da mache und was ich da esse. Und deswegen habe ich diese Sachen auf die Wunschliste gesetzt. Unter anderem sind die blöd. Meine Güte, Rainer, wenn du so ein Video von 10 Minuten aufnimmst, dann mach doch einfach mal die Kamera aus und konzentrier dich. Dass du da nicht immer wieder diese Unterbrechungen drin hast. Und wenn du die Sachen auf die Wunschliste gesetzt, weil ich dringend ein bisschen mehr brauche, dann kann ich die nämlich aufmachen, kann die dann in diese Schale packen, kann die zumachen und die bleiben frisch. Diese Süßigkeiten, die waren doch sowieso abgepackt. Das waren doch immer so Snickers und Maßriegel und alles mögliche. Wäre also von Vorteil, wenn ich da ein paar von diesen Tupperwaren-Dingern bekomme, weil es auch sinnvoll ist als für das Video. Kauf dir welch. Kauf dir Tupperware, wenn du sie brauchst. Du hast doch einen ganzen Haushalt da. Von deiner Oma und von deiner Mutter. Da ist doch irgendwo, muss doch da so eine Schüssel rumliegen, die du abschließen kannst. Da ist auch so eine Tupperwaren-Schlüssel höchstwahrscheinlich. Hast du mal im Keller geschaut? War ja auch zu schwierig. Ansonsten habe ich eben da mal viel. Ich habe diese zwei und ich habe noch zwei weitere und das war's. Also ich habe insgesamt vier Stück noch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ich weiß, dass sie mir dafür Dutzende und aber Dutzende davon hatten. Aber die sind irgendwie alle verschwunden. Die sind alle nicht mehr da. Die existieren nicht mehr. Mhm. So wie deine... Was war es nochmal? Die Mikrowelle? Reiner hat doch irgendwie mal seine... Ne, sein Toaster. Oder was? Ich glaube, es war sein Toaster. Reiner hat mich irgendwann mal seinen Toaster vermisst. Keine Ahnung. Und ich benutze die teilweise für verschiedene Sachen. Einmal natürlich für sowas wie Kaba. Für Cornflakes gibt es... Ich habe so größere gehabt immer früher für Cornflakes. So. Ein Schnitt. Ey. Tut mir leid, ich musste mal kurz weg. Also. Ja, ich kann mir vorstellen, wo du hingegangen bist. Wo waren wir? Tupperware. Tupperware. Also. Tupperware ist wirklich extrem praktisch mit verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass... Mich das Ganze an Plastik ziemlich nervt. Kunststoff ist natürlich ziemlich beschissen. Vor allem, weil wir Kunststoff für fast alles benutzen. Wir haben Kunststoff an unseren Bildschirmen. Wir haben Kunststoff an Autos. In Massen an Autos. Wir haben Kunststoff viel im Haushalt. Ja, weil es halt ein einfach zu verarbeitendes Material ist, Rainer, der was relativ langlebig ist und günstig. Außerdem wäre so ein Monitor oder ähnliches aus Komplettmetall oder Glas irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, ich mag keinen Kunststoff an sich, aber es ist halt teilweise fast unumgänglich. Man kommt um Kunststoff gar nicht rum, weil es reicht schon, wenn man einen Kühlschrank hat. Auch an Kühlschrank ist Kunststoff dran. Ihr müsst mit drüber nachdenken, wo alles Kunststoff dran ist. Es gibt nichts, wo kein Kunststoff dran ist heutzutage mehr. Eine Glasflasche. So, Metall. Irgendwas. Metalldosen oder ähnliches. Eine Tasse. Meine Kaffeetasse oder meine Teetasse, die ich hier jetzt gerade in den Händen halte. Auch kein Kunststoff dran. Was mich am meisten aufregt, sind natürlich sowas hier. So Plastiktüten. Ja, aber du nutzt doch diese Plastiktüte. Dann nutzt die nicht. Dann hol dir so eine Papiertragetüte. Also ein Kaffeepads. Ja. Sowas regt mich halt auch immer besonders auf. Vor allem, wenn man dann sieht, dass irgendwo auf der Welt in diesen ganzen Meeren die Plastiktüten rumfliegen. Aber man kann halt fast nichts dagegen machen. Doch, kann man. Sein eigenes Verhalten kann man ändern, Rainerle. Dann kauf dir keine Plastiktüten mehr, sondern kauf nur noch. Ja gut, es gibt sie ja sowieso fast gar nicht mehr, diese Plastiktüten überhaupt in Einkaufsläden, sondern wirklich nur noch Papiertragetaschen oder ähnliches. Und außerdem gibt es auch, wobei das muss man ja auch dazu sagen, bei dir vielleicht ein bisschen schwierig, gibt es ja auch mittlerweile diese Unverpacktläden, in denen man ja da mit seinen eigenen Behältnissen hingehen kann und dann unverpackte Lebensmittel kaufen kann. Äh, die haben sich glaube ich bis jetzt auch noch nicht so richtig durchgesetzt und auch ist das ein sehr, sehr kleiner Nischenmarkt, der da bedient wird. Was ich auch absolut verstehe, weil du kannst ja auch, also auch wenn du viel Plastik nutzt, man kann es ja recyceln. Man muss es halt dann nur richtig wiederverwerten. Sollst du es ja auch nicht irgendwo ins Meer schmeißen, Reinhard, deine Plastiktüte, sondern ganz normal in den Müll zum Recyceln wieder. Und zwar getrennt, ne? Weißt du ja. Heutzutage, man unternimmt nichts dagegen und man kann auch gar nichts machen. Man kommt in der modernen Welt, kommt man an Plastik und Kunststoff nicht vorbei. Ja. Wenn man aber jetzt mal drüber nachdenkt, es ist an sich sehr praktisch, weil man hat natürlich, ne, immer die Frische. Es kommt keine, im Normalfall kommt keine Flüssigkeit an das Zeug ran, vor allem wenn es ein Gutes ist. In dem Fall hier habe ich sogar die Möglichkeit hier aufzumachen und kann das dann schön rauslöffeln. Da haben wir wieder das Thema von der vorletzten Folge, mit dem Zuckerstreuer, ne, vom Rauskippen. Rainer, Rainer, du hattest doch gerade das perfekte Produkt, was nicht aus Plastik besteht, wo nicht ein bisschen Plastik dran ist. Äh, mit dem Zuckerstreuer. Guck mal, Glas, Metall. Ja, ne, vom Rauskippen. Egal. Auf jeden Fall ist es so, Kunststoff ist generell ein bisschen nervig, aber die Funktionen von zum Beispiel Tupperware ist sehr praktisch. Und vor allem, äh, diese Tupperware hier ist teilweise älter, als ich es bin. Mhm. Also die, die Sachen von Tupperware, die ich habe, die sind zum Teil älter, als ich es bin. Die sind zum Teil, ich weiß nicht, zehn, die sind zum Teil 30 Jahre alt, die Sachen hier. Ah. Ja, du bist doch über 30. Die habe ich, ich kenne die mein ganzes Leben lang. Die waren mein ganzes Leben lang, hatten wir die. Ich weiß gar nicht, wie wir da dann jemals vorbeigekommen sind. Und, äh, also wann wir die jemals nicht hatten. Soweit ich weiß, waren die Sachen hier immer hier. Und, das ist halt eigentlich schon eine Sache, wo ich sage, okay, mit so einem Kunststoff kann ich leben, weil dieser Kunststoff jetzt für meine Eltern sinnvoll war und für mich selbst auch sinnvoll ist und war. Und auf die Art und Weise haben wir halt wirklich sehr viele Sachen. Ich weiß noch, als Kind hat nämlich meine Mutter öfter zu so Tupperpartys mitgenommen. Wir haben uns dann meistens als Kids irgendwo im Keller verschanzt, hatten dann irgendwie Videospiele oder sind rausgegangen, haben gekickt, irgendwelche Fußballer und so einen Scheiß. Wobei ich eher weniger Fußballspiel gespielt habe, sondern eher sowas wie ein bisschen Basketball oder sowas mit ein paar Leuten. Ähm, vor allem, weil ich immer, ich habe damals schon immer zu den Älteren gehört. Also meine Schwester war ja jünger als ich und die hat dann meistens mit den Mädchen irgendwo gespielt. Und ich war dann ein bisschen so einer von den älteren Jungs. Ich war dann meistens zu dem Zeitpunkt schon mit meinem Gameboy irgendwo in der Ecke gesessen und habe Videospiele gezockt mit ein paar von den Älteren. Und haben uns halt gegenseitig immer herausgefordert, ja, spielen wir das, spielen wir das, machen wir das, machen wir das, blablabla. Oder wir haben irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und an sowas hängt dann natürlich schon ein bisschen arg viel Vergangenheit, auch ein bisschen viel Erinnerung. Ähm, meine Meinung zu Tupperwaren ist, solange sie funktionell ist und solange man sie langfristig benutzt und nicht irgendwie nach einem Jahr wegschmeißt, ist es natürlich sehr geil. Äh, zumal Tupperware halt den Vorteil bietet, dass es sehr viele Sachen frisch hält. Man kann theoretisch gesehen da was reinpacken. Ich kann zum Beispiel... Man kann theoretisch da was reinpacken, ja. Auch praktisch rein, oder kann man da was reinpacken? Ja. Was ist los? Ich kann zum Beispiel, was ich da machen kann, äh, eine Suppe machen, die kippe ich da rein und dann... Ähm, ja, ja, sollte aber vielleicht ein bisschen abkühlen vorher. Kann ich die eingefrieren? Das ist nämlich der Vorteil an Tupperware. Tupperware kann man sogar die Sachen eingefrieren. Und wenn man die Sachen eingefroren hat, kann man die ohne Probleme wieder rausnehmen und kann die jederzeit, äh, wiederverwenden. Mhm. Und das ist sehr praktisch. Dann gibt's natürlich die Möglichkeiten, äh, mit den verschiedenen Deckeln, äh... Das ist ja schon wieder so ein Verkaufsvideo für Tupperware. Einmal Deckel, wo es komplett zu ist und einmal... Sowas hier ist dann halt am besten zum Eingefrieren. Sowas hier ist eher zum Beispiel für Sachen wie Cornflakes oder... Kaba oder Zucker oder sowas oder auch für Mehl. Für Mehl ist sowas auch sehr praktisch. Genau, ähm... Ja, und das kann ich auch echt nur empfehlen, weil da bleiben die Sachen sauber, sie bleiben frisch und es kommt kein Viechzeug irgendwie ran. Weil auch in jeder noch so sauberen Küche sind meistens irgendwelche minimalen, äh, wie heißen sie, so Krabbelviecher. Ich hab einen Namen für mich zu, äh, nicht Mehlwürmer, wie heißen sie? Oh, lass mich überlegen. Na, Silberfische. Ja, gleich hab ich's. Ja. Ähm... Silberfischchen. Ja. Ich meine, die sind jetzt nicht schlimm oder so, aber man sollte die nicht unbedingt bei seinem Essen rumfliegen haben, oder? Egal. Also ich kann sowas wie Tupperware eigentlich nur empfehlen, aber meine Mann dazu ist halt sehr gespalten, mir gerade nicht gekriegt hat. Na ja, auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass man solche Sachen hat, solche Produkte hat. Auf der anderen Seite finde ich es halt scheiße, weil es wieder Plastik ist. Andererseits könnte man solche Sachen, vor allem diesen, diesen Effekt hier, könnte man halt überhaupt nicht mit Glas hinbekommen. Warum? Warum sollte man das mit Glas nicht hinbekommen? Weil, ja, zumindest der Deckel müsste dann aus Plastik sein. Wobei ich dazu sagen muss, wenn die Packung selbst aus was anderem wäre und der Deckel aus Plastik, wäre das ja auch schon eine sehr große Möglichkeit. Oh, Geschäftsidee. Vielleicht sollte man das so machen. Ach, dieser Mensch. Er ist so weltfremd. Und ich glaube, der hat, als er da ausgezogen ist aus der Schanze, ist er tatsächlich in so eine ganz andere Welt gestolpert. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach mal ein Glas und kann einfach einen Metalldeckel drauf machen und drauf schrauben. Oder sogar ein Glasdeckel. Habe ich ja auch da. Also ich habe auch alle Einmachgläser. Ich habe bestimmt 600 Einmachgläser. Das ist kein Witz. Ich habe bestimmt etwa 500 bis 600 Einmachgläser im Keller. Dutzende und aber dutzende von den Dingern. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Zeug dabei. Warum nutzt du die dann nicht? Da geht was. Okay. Also viel erstmal dazu. Wie weit sind wir mit der Videolänge? Sechs Minuten. Dazu kommt noch der vorherige Part. Ja, also ich denke, das würde erstmal soweit reichen. Ich danke euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge. Worüber sprechen wir dann in der nächsten Folge? Ich habe eine Idee. Wir sprechen in der nächsten Folge darüber. Was ist denn das? Ja, das ist ein Ladegerät für Batterien. Für Akkus. Im speziellen Fall ist es ein ziemlich cooles Ladegerät, weil es hat eine Funktion für drei verschiedene Batterien. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö tschö. Tschö tschö Reinhard. Tschö tschö. Gut. Reicht. Reicht. Von Reinhardes Meinungsvideos bis hierher. Ich denke, wir haben einiges geschafft. Übrigens sollte es auch in der nächsten Folge um den Inhalt der Tupperdosen gehen, oder? Habe ich mich da vertan? Naja, egal. Ihr Lieben, das war es erstmal auf unserer Odyssee durch Reinhardes Meinungen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Erstmal. Medal of.